In der digitalen Ära ist der Konsument nicht länger ein passiver Empfänger von Werbebotschaften. Mit dem Aufkommen von User Generated Content, kurz UGC, ist er zum Mitschöpfer geworden. Seine Stimme kann den Marktwert einer Marke steigern oder beeinträchtigen. Diese dynamische Form des Inhalts hat sich zu einem Eckpfeiler moderner Marketingstrategien entwickelt. Besonders für kleine Unternehmen, die im Web Fuß fassen möchten. Worauf bei UGC zu achten ist, erfahrt ihr jetzt bei... Welche Ware? Dein IT-Konzentrat. User Generated Content ist eine Lebensader digitalen Marketings. Was ist was? Die weiche Ware Definition. UGC bezeichnet Inhalte, die von Benutzern anstelle von Unternehmen oder Influencern erstellt werden. Diese Inhalte können Texte, Bilder oder Videos umfassen, die die Erlebnisse und Meinungen der Nutzer wiedergeben. Verbreitet werden sie in erster Linie über soziale Netzwerke oder direkt auf den Produkt- oder Verkaufsseiten von Händlern oder Produzenten. Im Bereich des B2B nimmt User Generated Content eine besondere Stellung ein. Immerhin kann er komplexe Geschäftsbeziehungen und Erfolge durch authentische User-Stories aus dem wahren Geschäftsleben vermitteln. Welche Arten von User Generated Content gibt es? Die Kreativität bei der Erstellung von UGC kennt keine Grenzen und es entstehen ständig neue Formen. Vom kurzen Tweet bis zum ausführlichen Vlog. Zu den gängigsten UGC-Arten gehören Bewertungen und Rezensionen, Blogs, Forenbeiträge und Kommentare, aber auch Bilder oder Videobeiträge. Wichtige Kanäle zur Verbreitung von UGC sind unter anderem Instagram, TikTok, YouTube oder Yelp. Vorteile Eine durchdachte UGC-Strategie kann dabei helfen, ein authentisches Markenimage zu fördern. Inhalte, die von echten Nutzern, den sogenannten Kreatoren, erstellt werden, wirken authentischer und vertrauenswürdiger als traditionell erstellte Werbebotschaften. Sie vermitteln echte User-Stories und Erfahrungen, mit denen sich andere Kunden identifizieren können, was das Vertrauen in die Marke stärkt. Durch das Teilen von User-Content entsteht eine Community, die sich mit der Marke verbunden fühlt. Das bedeutet jedoch nicht, dass UGC ausschließlich auf Inhalten von realen Nutzern basiert. Firmen können beispielsweise Autoren für das Erstellen von Blog-Texten oder Video-Content bezahlen. Oder sie nehmen Einfluss auf Rezensionen, indem sie Anreize für gute Bewertungen in Aussicht stellen. Die Methoden der Einflussnahme auf Kreatoren sind vielfältig. Auch zur Steigerung der SEO-Performance kann User-Generated-Content beitragen. Suchmaschinen wie Google bevorzugen frischen, relevanten und authentischen Content. Nachteile Einer der Hauptnachteile von UGC liegt im Kontrollverlust, den Marken über die von den Konsumenten erstellten Inhalte haben. Darüber hinaus kann User-Generated-Content, der gegen gesetzliche Vorgaben verstößt oder urheberrechtlich geschützte Materialien enthält, rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Eine umsichtige UGC-Strategie muss die Einhaltung des Urheberrechts beachten, da die Nutzer oftmals Inhalte teilen, die ganz oder teilweise urheberrechtlich geschützt sind. Die verschiedenen UGC-Arten, ob Bilder, Videos oder Texte, bergen spezifische rechtliche Herausforderungen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie das Recht zur Weiterverwendung der Inhalte besitzen. Versus, Versus, Versus Der Vergleich User-Generated-Content weist durchaus Parallelen zu den Methoden von Influencern auf. Doch worin genau liegen die Unterschiede? UGC bezieht sich auf jegliche Form von Inhalten, die von Nutzern erstellt und geteilt werden. Diese Art von Content entsteht zumeist aus der Community heraus und erweckt daher den Eindruck, sie würde die echten Erfahrungen und Meinungen der Nutzer widerspiegeln. Influencer hingegen sind Personen, die in sozialen Netzwerken eine signifikante Anzahl von Followern aufgebaut haben und fast immer für das Posten von Inhalten über Produkte oder Dienstleistungen bezahlt werden. Sie sind daher selbst so etwas wie eine Marke und treten stets öffentlich in Erscheinung. Influencer kreieren Inhalte oft als Teil einer Markenpartnerschaft, wobei sie in ihrer Rolle als Botschafter fungieren. Die UGC-Strategie eines Unternehmens kann darauf abzielen, authentischen Content von seinen Nutzern zu fördern, während eine Influencer-Strategie gezielt mit Meinungsmachern zusammenarbeitet, um bestimmte Botschaften zu verbreiten. Schlusspunkt User-Generated Content ist ein mächtiges Werkzeug für Marken jeder Größe. Während die Vorteile klar auf der Hand liegen, ist es entscheidend, eine durchdachte UGC-Strategie zu fahren, die Qualitätsstandard setzt, Kreatoren richtig einbindet und rechtliche Klippen umschifft. Welche Ware Dein IT-Konzentrat